Das 19. Türchen wartet heute auf Sie und ich habe wieder eine Menge aus meinem Sack rauszukramen für Sie da draußen. Heute gibt es wirklich nur allerfeinste Kosten. Es ist sogar, ich sag's mal so, ein Einhorn trifft auf ein Einhorn. So selten sind die Fahrzeuge, die wir jetzt gerade aktuell sehen. Und wo, wenn nicht auf Paul Ricard, leben Einhörner am besten. Und wo, wenn nicht in der letzten Kurve von Paul Ricard, gibt's die schönsten Sachen. Und wo, wenn nicht in Paul Ricard, in der letzten Kurve, gibt es Dinge, die sehr, sehr häufig passieren, wo 99,9% aller Fahrer schon mal sowas gemacht haben. Nur auf Paul Ricard. Und ich möchte Ihnen das gerne zeigen. Jetzt. In diesem Streifen. Ich hörte gerade ICQ und ich hab gerade wirklich gedacht, ich bin in den 90ern. Scheiß die Tür zu. Was soll man dazu sagen? Das sind wirklich Dinge, die können mal passieren. Es ist wie in dem Fall, den wir schon mal hatten auf Paul Ricard. Es lädt halt einfach ein, da reinzugehen und mal die Nase reinzuhalten. Aber manchmal ist es dann doch nicht so clever, das zu tun. Und das ist auch hier passiert. Das ist nicht zu entschuldigen. Das ist Corsinger Collision an der Stelle und wird mit 0,6 geahndet. Aber ich würde fast behaupten, 99,9% aller Fahrer haben schon mal diesen Fehler gemacht. Und das war das 19. Türchen, um Ihnen zu zeigen, dass Sie auch schon mal einen Fehler gemacht haben. Und wenn Sie es nicht getan haben, lassen Sie es nämlich gerne mal wissen. Und denken Sie daran, wenn Sie flunkern, gibt es keine Weihnachtsgeschenke. Mhm. Auf Wiedersehen. Tür zu. 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 Vielen Dank.